yo hallo leute und herzlich willkommen zurück zu battlefield 4 legacy operations wir gehen wieder ab hier wo geht's ab wo geht's ab gehen wir direkt hier rüber wir haben wir direkt hier rüber schwimmen ein guter schwimmen wir haben es eilig und wir haben eine brisante mission müssen die karte befreien müssen die karte befreien müssen die karte befreien von bösen gegnern ich hoffe ich habe die richtige waffe ich hätte da nichts wieder meine mein scharfschützen gewehr genommen aber ich will nicht immer dasselbe nehmen es wird ja auf dauer ein bisschen langweilig ja aber ich sehe schon kommen es geht böse aus hier fachini von meinen leuten alter wie viel halten die denn schon wieder aus hier alter bis sich du scheiße auch heilung ich brauche heilung man natürlich kommen die wieder von hinten die pisser einer ist immer schlau genug und kommt dann von hinten und macht alle platt einer ist immer so schlau macht es einfach schon alle sind alle tot stirb da hat hier schon wieder jemand auf mich man krieche durch verdammt ich wenigstens sehen wurde alle von wo die hier alle kommen was mache ich denn hier alter hinter uns ist ein panzer sehe ich gerade es wäre eine bazooka geil aber ich habe keine da läuft jemand gelaufen Leute wir brauchen genau genau du bist der richtige hier du bist der richtiger mann für den job ist kaputt nein immer noch nicht komm machen platt man alter fickt euch doch mal immer von hinten hätte immer von hinten ich muss mir jetzt was anderes auswählen ich brauche es mit dem raketenwerfer hier haben wir einen raketenwerfer und wieder dieselbe waffe die sniper wieder aber ist jetzt scheißegal wir nehmen das ding uns einfach ich krieche rüber auf diese kleine insel und dann hoffe ich dass wir hier ein paar ausschalten können wahrscheinlich bin ich zu weit weg viel zu weit weg viel zu weit dann gehen wir hier nochmal rüber komm schon komm schon alter schon wieder aus dem gebiet raus fuck ich muss aber hier oben rauf man hier können wir hoch glaube ich los 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 blöden wichser ist natürlich wieder keine sau da jetzt ist ja herrlich oder zwei schüsse haben nicht gesessen obwohl sie eigentlich gesessen haben ist wieder geil gewesen das schöne das wunderschöne visier da hätte ich ihn eigentlich sehen müssen aber es hat ihn nicht gesehen zu viele bäume im weg da hatte ich glaube ich irgendwie keine chance ich weiß nicht fick dich komm 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 und wo kommen sie kommen sie überhaupt ja man von da ist shit scheiße alter wie kann der noch 60 haben bitte wie kann der typ noch 60 haben das gibt es echt schon wieder nicht das gibt es nicht unglaublich wir haben auch keine chance das dinge einzunehmen weil irgendwie trauen sich auch aus zwei leute das einzunehmen fick dich fack scheiße oh dann ist er auch nicht richtig gesprungen man unik 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 na los das dauert aber auch immer Ewigkeiten hier scheiße wir haben einsatzziel charlie erobert scheiße komm das schaffen wir man haben wir das ding wir haben es nice und jetzt und jetzt wo jetzt sind wir sind trotzdem am winning hier alter wo sind sie denn schon wieder ich verpasse dir ein neues arschloch da oben steht da und keiner peilt alle rennen sie vorbei ist da unten einer sieht nur so aus komm schon komm schon müssen die bastarde hier töten wir sitzen momentan noch am längeren Hebel die Frage ist wie lange das noch anhält komm laden nach man tot da war doch gerade noch jemand das ist immer von meinen Leuten sehr gut sehr gut sehr gut da hinten haben wir noch Asi ich gerade hab da hin alles klar gut gemacht und jetzt noch A hier scheiße über uns glaube ich fuck damit aufpassen dass sie jetzt nicht von hier kommen ich glaube die sind über uns oder auch nicht man ungegeben da hier Achtung einsam ist Ziel 1 wurde erobert ne man wo sind sie denn die base haben wir auch zu einem feindlichen Scharfschützen südlich deiner aktuellen Position alter krass geil und krass jetzt sind wir da hinten noch bei D komm schon komm schon komm schon gehen wir lieber hier nicht den offiziellen Weg denn dann werden wir eh nur entdeckt mal schauen dass wir hier nicht in eine Falle tappen Achtung wir haben ein Ziel 1 ist zu weit weg ist zu weit weg wir müssen näher ran geil 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 da scheint ein feindlicher Helikopter zu sein wendlich deiner Position da habe ich glaube ich gerade jemanden gesehen fuck oh muss ein Fahrzeug scheiß wir haben A auch schon wieder verloren ich will D haben los schwimm mein guter aber nicht sieht uns keiner schnell mal auftauchen frische Luft schnappen wir haben gerade einsatz Ziel Bravo Neutralität du sollst auftauchen und dich hier hinkniegel was sind denn die mein Fahrzeug muss repariert werden und jemand hat mich gerade gesehen anscheinend ist südlich deiner Stellung feindlicher Panzer aber ich weiß noch nicht von wo ja scheiße fuck sieht da noch einer ne Mensch lass uns doch hier D holen muss ich es allein versuchen komm schon oh shit fuck komm schon baby na los wir schaffen es hol ich verdammt nochmal keine richtige Waffe hier für so einen Scheiß ab komm in den Mist verdammt sehr geil sehr geil wir haben es geholt fuck wer rastet hier aus komm schon komm schon komm schon wir haben alles im Griff wir haben alles im Griff spring doch hier rüber verdammt gut 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 ja die haben schon mächtig aufgeholt die Gegner hier es wird immer knapper es wird wirklich immer knapper Entschuldigung da ist ein feindlicher Panzerjäger westlich von dir westlich ey so schnell können wir hier gar nicht rennen einsatzes den Schadimode gerade neutralisieren nochmal setzen wir das Zeug mal für den Fall hier ist keiner gehen wir mal zu zu A oder was ist es fuck scheiße nicht getroffen ich eigentlich verarschen ich das Ding nicht mehr treff auch nicht getroffen das gibt es doch nicht das gibt es doch wirklich nicht naja mach ich keinen Schaden ich brauch Munition man fuck komm 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 wird scheißegal ob die A holen wollen oder nicht wir müssen uns hier drum kümmern oder D mein ich scheißegal geil man Scheiße Fuck, der hat mich im Visier Man, es fehlt Munition Es fehlt echt Munition Immer noch nicht kaputtes Teil Wir wählen das Ding aus, man Scheiße, Mann Mann, wenn ich jetzt eine Munition hätte Hast du was bei, der hat auch nichts bei Komm, mach ein Blatt Sehr gut, ich glaube, jetzt hat er es Ja Komm, wir gehen wieder zurück, Mann Oder zu A, aber A ist so enorm weit weg Gehen wir wieder hier hin Scheiße, Mann, ich verkacken die Pisse hier noch Verkacken ist echt noch Ist da auch niemand? Ne Mann, ich brauche Munition, Mann Es kümmert sich auch keiner darum, wenn Irgendjemand keine Munition mehr hatte Die Leute scheißen einfach drauf Haha, geil Der Typ dachte, er schafft es, Mann Aber er hat es nicht geschafft Noch irgendwo jemand? Brennendes Fahrzeug Da ist ein feindlicher Helikopter Westlich von dir Wir haben gerade Einsatzziel Delta neutralisiert Na komm Ja, Mann Richtig geil Richtig geil, leider Obwohl wir jetzt ein paar Kacken sind Scheißegal, das Teamplay macht Bock Das Teamplay funktioniert eigentlich Shit Komm, der ist da irgendwo gewesen, Alter Na komm Wichser Ich hab keine Muni mehr Ich hab keine Muni mehr Munition, Leute, Mann Wäre Munition für mich Hab ich nicht selber Munition? Warte mal Nee, ich hab keine Fuck Ich hab nix Schluss mit lustig, Mann Ich hab sicht Kontakt zu nem feindlichen Gut Westlich von dir Schluss mit lustig, Mann Aber jetzt geht mir nicht die Munition aus Das ist echt Feierabend, oder? Ich hab nix mehr Wo hinten? Wo da kommt einer hoch? Fuck Geil Echt noch gekriegt Komm her, komm her, komm her Ich brauch Muni, Mann Ich brauch Munition, ansonsten hab ich sowas von verschissen hier Ich kann ja überhaupt nix mehr machen Krieg Munition hier Ich geh mal lieber wieder so ein bisschen im Nahkampf über Alles andere ist glatter Selbstmord Wo krieg ich Munition? Hier ist einer Ah, irgendwo einer Bastard Munition, Mann, Alter Es muss doch irgendwie Munition hier haben Ist echt keine Sorge mit Munition da? Scheiße Fuck Die hab ich echt nicht gesehen, Mann Alter Krasses Game, ey Echt krasses Game hier Aber wir holen richtig geil Punkte Aber wir sind richtig geil unterwegs hier Warten wir schon Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Da drüben? Oder hier? Ich weiß nicht Ist alles gefährlich Oh, und wir verkacken noch Echt Wir verkacken Echt noch Irgendjemand hat auf uns gezielt Aber von wo? Hm Komm, wir rennen Schnell Schneller Und der nicht Oben, oder? Ne Auch nicht Fuck, ich seh keinen mehr Scheiße Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Delta Mann, Mist, Mann Ich seh keinen mehr Keinen mehr zum wegholen Mist Achtung Einsatzziel Charlie Und der Mann Hat keiner Oh, shit Ja, Mann Wir haben echt nur verloren Aber ich glaub Ich glaub Wir haben richtig cool Punkte geholt Das müsste ziemlich geil sein Gucken wir mal Also sind eigentlich so gut Wie nicht gestorben Mit zwei oder drei Mal vielleicht Und haben viele Leute getötet Erstmal ordentlich Punkte absahen hier Leichtes MG Schrotflinden Scharfschützengewehr Na komm Und Alter Trotzdem nicht erster 18,6 Echt Das gibt's doch nicht Ich denk echt immer Wir sind so mega geil Dabei sind wir so mega schlecht eigentlich 18,6 Ist zwar nicht schlecht Aber ist auch nicht mega geil Irgendwie Alles klar Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat Vergesst bitte den Daumen hoch nicht Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Tschüss Und dann wäre es auch nicht mehr Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.